verkehrst mich wieder zu liken den kanal zu abonnieren sowie die loks zu aktivieren meine beiden anderen kanal zu abonnieren die auf meiner karsche seite fliegen fändet um auf instagram und twitter zu folgen und jetzt begrüße euch zu den lustigsten whatsapp chats die wir jetzt hier gemeinsam lesen werden ich regier darauf und ich würde sagen wir fangen direkt mal mit dem ersten chat person 1 schreibt nie will mit kindern in die messe daraufhin die andere person wieso und die andere person antwortet totenschön der kirche plötzlich sagt laut guck mal papa da ist konchita wurst am kreuz ja das was dann auch wieder komplett ich bin mal gespannt alles mein geburtstag vergisst wieso dann hast du den geburtstag heute ich bin gespannt wenn das mein geburtstag vergisst hoffentlich keiner lust was zu machen was wofür ich mich rasieren müsste würde ich jetzt mal nicht ausschließen dann nein ja dann richtig richtig bock hey dad ich bin hungrig hi hungrig ich bin dad boah das ist nicht lustig ich bin ernsthaft nein du bist hungrig du bist unlustig nein ich bin dad ich will dich du willst mich dann sende eine sms mit ist klar an die 22 68 22 und willkommen zu den klingelton träumen weiter gerade ist auf dein handy was machst du so im bett liegen wo mein müßli essen cool war für so machen wie ich neben dir liegen würde mein müßli essen und wenn du kein müßli hättest dann würde ich in die küche gehen und mir müßli holen der war jetzt echt hart hey baby error hashtag 8 3 8 6 5 6 3 die nachricht konnte nicht gesendet werden bitte wenden sie sich an ihre netzbetreiber du hast aber auch falsch geschrieben das ist jetzt blöd hey sterb dann ernst mit der relativ mit ii du genius schwer wie doch ja das niveau sinkt als ob du lesen könntest warum zweifeln die leuten trotz einem iq von 124 immer noch am an intelligenz weil du die intelligenz falsch schreibst und leuten schreibst unsere bilder schon zwei likes der eine leute ist von mir wo der andere von mir wir schon bei den likes sind hier ist hier zu liken den knall zu abonnieren sowie die glocke aktivieren meine beiden anderen können ihr abonnieren die auf der karte findet und auf instagram twitter zu folgen bro hat einen fetten riss im display send mal screenshot nicht dein ernst das war schon gewesen von den lustigsten whatsapp chats ich hoffe euch hat es gefallen es war auch nicht amüsant und dann noch einen schönen tag tschaui